hey leute ich freue mich gerne über ein abo like oder kommentar abonniert einmal mein kanal dann seht ihr immer die aktuellsten videos ja hallo da bin ich wieder so dann wollen wir mal rein hier ich habe hier draußen gerade noch mal kurz offline geschaut hier ist ein spieler also müssen hier rein ja will ich ich bin mir ganz hundertprozentig sicher ja ich war heute wieder in der neuen wohnung von halb neun bis dreiviertel vier durch geackert ich war nur am bohren ich war nur am montieren ich war nur am ausräumen ich war nur ans sortieren ich war nur an treppe hoch treppe runter treppe hoch treppe runter zeugen keller und so weiter das war eine scheiß arbeit aber dat mut dat mut gut daten zentrale geht nicht gute frage ja hier will ich erst mal nicht weiter da muss ich auch hin und mehrere ziele ich muss definitiv hier an gibt es wieder irgendwo ein klein monitor der total versteckt ist hier ist nicht weiter ähm ähm Alex craftlift ok ja ja fehler ähm ich geh mal hier raus wir müssen wahrscheinlich diesen lift benutzen guten tag vergessen sie nicht die wöchentliche sicherheitsinspektion ihrer trendstar uniform nennen sie sich dazu bitte ans maschinenlabor aber hier ist noch nicht weiter haben wir hier vielleicht einen toten übersehen äh lagerraum ok ok bridge wir kommen ja wieder hier hin aber hier müssen wir nicht hin mehr wir müssen da hin gut ja hier ist die datenzentrale da müssen wir ja eigentlich hin aber hier ist nichts ähm ich geh trotzdem nochmal hier überall schauen oh ehrlich ich bin froh dass ich diesen scheiß weit los bin das ist so anstrengend ich muss irgendwo was übersehen haben wenn die ladebildschirme nicht immer so schrecklich wären ehrlich gesagt die nerven schon etwas was ist das denn ich wollte gerade mal in den Arsch fassen ihm oh Gott das sah so weiblich aus das sah so weiblich aus das sah so weiblich aus dann wollen wir mal hier lang hier war ich noch gar nicht hier war ich absolut noch nicht hier war ich absolut noch nicht äh wo bin ich denn hier e-mail ok ok mehrere ziele aber lass mich da mal hier schauen also danke lobby und so weiter hier ist auch noch ein computer ah hier ist ein programm kommandodeck aha gut dann haben wir hier auf jeden fall was da hat nichts weiter aus dem baseball wozu haben die baseball-anschuhe wozu haben die baseball-anschuhe das ist ja mal eine gegend hier ok wir haben eine neue schlüsselkarte ich hoffe die bringt uns weiter ähm ah um wozu denn nervensäger der sieht aber auch nicht wie da ist noch eine schlüsselkarte mehrere ziele auf jeden fall mal jetzt schlüsselkarten ohne ende bekommen was das wo bedeutet was das wo bedeutet ah hier ist ja auch noch mehr Zeug ich weiß du legst bestimmt ein rohr nö gibt es hier irgendwelche bestimmten sachen oh hi ne ich geh erstmal hier rein boah oh man wenn das hätte Schüter zu bedeuten wenn das jetzt so ist wenn das jetzt so ist kein Platz dafür aber da ist was äh gut äh gut äh so weiter der imaginäre Frosch ist raus ist gut dann gab es aber noch eine treppe hier da wollen wir ja auch noch mal kurz lang ach ja hier waren wir ja schon gewesen ach ja hier waren wir ja schon gewesen also hier ist er nicht mehr ähm der hat auch keinen computer hier drin der ist schon auf jeden fall etwas old school wenn ich das ausspreche bin ich auch old school ich bin schon so alt ähm nö wenn ich jetzt hier reingehe komm ich hier rein ok haben die irgendetwas und die aus der Bananenscheine super fahr fahr